Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte noch durch den Marsch. Wir werden jetzt gleich auf Feld 14, ne Feld 15 aussehen. Als erstes werden wir die Sehmaschine auffüllen, dann haben wir noch den M.Monat zu bearbeiten, der ist fertig. Ballen pressen, dann müssen wir noch ein paar Ballen zur BGH bringen, auf die BGH Nord. Machen wir auch gleich. Nehmen wir eins am anderen und dann werden wir gleich auf die Wiese düngen. So, haben wir den Big M fertig. Ja, das soll eigentlich Gras mähen jetzt. Ah, die Dings fahren den anderen hier. In dieser Maßnahme sind noch Schwierigkeiten. Kann noch nicht sein. Er liegt noch, da hinten ist LKW noch. Ja gut, da lahm man ab. Dann mal entlassen. Die andere Wiese, wenn wir mal erst bearbeiten müssen, die ist ein bisschen komplizierter in Anführungszeichen. So, dann fahren wir erstmal runter. Von der Fläche. Dann den LKW runter. So, dann fahren wir noch einmal. Dann fahren wir gleich zur BGH. Und dass die uns leer läuft. So, da haben wir keinem mehr zu liegen. Das war auch nicht. Passt. Den nehmen wir mal mit. Immerhin 10.000 Liter. Lohnt sich. Das sind zwar 160.000. Schöne grüne Wiese. Schöne grüne Wiese. Ich glaube, da nehmen wir doch lieber die andere Presse. Ein anderes Mähwerk. Warten denn. Und dann haben wir es irgendwie knallert. Wir können auch noch Heu machen. Mal schauen, wie vor allem die Leere ist. Mal sehen wir das. Mal schauen, wie vor allem die Leere ist. Mal schauen, wie vor allem die Leere ist. Ja, cool. Jetzt muss ich kurz eine Rolle machen, achso, können wir mal gehen lassen, Ballen haben wir keine, umrüsten, den kann man umrüsten, den rüsten wir um, aber andersrum, ne, dann kriegen wir heute wieder durchdrehen Reifen, das geht mir genauso, dann auch kurz durchdrehen, kann noch einer sein, naja, da muss ja bald durch sein, wenn mal ein Wenderrad ist mehr, wäre besser gewesen. So, jetzt kurz schauen, ob wir was einschlagen können, Wenderradius, bisschen größer machen, vielleicht hilft das, so, das wollen wir mal in der L machen. Dann, dünn. Falls wir nachts schlafen sollten, wenn es dunkel wird, richtig dunkel wird, da wird die Lichter ausgemacht hier, für den dunkeln, das wollen wir uns nicht antun, ne. Da muss man einen Filter einstellen, wenn wir gleich gehen, machen. Dann haben wir die Aufnahme. So, da sind wir. Ganz kurz mal Modus düngen. Können wir laden. Das ist die 21. Das ist die 21. So, dann macht er ganz gut gleich. So, den wollen wir umrüsten. So, gleich reparieren. Wie gesagt, 182 PS hat er nebenan 60 gehabt. Plupf macht das Gewicht da unten, ne. Dank ist gut. Dann müssen wir den Fan tauschen. Mal kurz rüber flitzen. Hängen wir aus. Gewicht, Traktor werden wir auch reparieren nachher gleich, wenn der andere mal fährt. Und gleich auf die Feld, Feldumro 15. Gratseinsehen. Nicht verkaufen können wir auch noch. Ich hab so gern Season gespielt. Ah gut, warte, ist es nicht, ne. Blöd wäre gewesen, wenn wir gespielt hätten eine Weile und ein Abstoß gewesen wäre. Das wäre noch blöder. Vor allem der Spielstand im Arsch, in Anführungszeichen. So haben wir gleich gar nicht erst versucht. Ich hab ja auch einen anderen Spielstand getestet. Und da war er gleich weg. Dann musste ich erst den komplett aus dem Mod-Ordner rausnehmen und dann konnte ich wieder starten. Wir fahren auf die 14 und auf die 15. Weißt du was? Das habe ich jetzt aber genau zu voll. Jetzt lass ich den normalen Helfer arbeiten. Das wäre schon früher eingefallen. Das wäre schon früher eingefallen. Wenn jetzt im Nachbarfeld etwas stehen würde, was jetzt kaputt gehen könnte und ich müsste jedes Mal eingreifen, das wäre äußerst schlecht. Das ist Cosplay. Beziehungsweise verkehrt programmiert, von mir aus gesehen. Ja, die eine Runde mehr gemacht, dann hätte er mir klargekommen. Wer müsste dann rückwärts fahren? Ja. Aber was wäre, wenn nicht, ne? So, jetzt aber Helfer rein. So, jetzt wollte ich später machen. Und gleich, wie man so sieht, ist 19.30 Uhr, halb 8. Jetzt wird so langsam, aber sicher dunkel. Jetzt muss ich mal schauen, ob es Düngemissionen oder wie es Grasfälle gibt. Dreiber. Auf Dreibergras. Mal ganz kurz gucken. Bevor ich dafür vergesse. So. Auf 3 ist Gras. Und auf 8? Weiß ich nicht. Ne, auf 8 ist nix. Auf 3. Das ist auch nicht proxibel. 4 oder so. November 15. Wie wieder. Ja. Ich habe es hier hin und so, dass wir so gut tanzen können. Wir haben hier Profi. Wir haben hier eine Erreise. Hier sind die Öl. Das ist hier bestätig. Was ist hier? Wir haben hier nochmal einen Schlager. Wir haben da jetzt noch ein paar Schritte. Das ist einfach. Wir haben hier viele Schlager nach. gehört zwölf auch das heißt schaumissionen feld nummer 3 23 drei jahre nicht 12 auch nicht bei doch 12 bis bei der ballenpreis das berechnen wir jetzt neu oder wir nehmen ein feld aber dann können wir nehmen es der faktor gewesen aussaat feld 15 wenn dünn gewesen wäre ich es gemacht für die grasfelder aber direkt hier mähen und dünn da verdiene ich ja nichts bei dann kann ich feld kaufen und dann ist es besser für mich dass man am ende ja das klappt nun ne ja gut das wollte ich jetzt noch nicht machen irgendetwas war gewesen die geadert läuft, das halten wir eine weile vor dünn mäßig ist dabei ja dann könnten wir ein thema reparieren und wechseln also beim ziehen ist es so, dann bleibt der verschleiß an der farbe, der bleibt man muss dann direkt wieder lackieren lassen in entsprechenden kosten ich denke mal ist auch normal dass fahrzeuge die in gebrauch sind zwar gewaschen werden aber irgendwo kommt doch mit der zeit gebrauchsspuren ob nun auf dem leder, auf dem sitz oder ist ja egal wo es bleibt ja nicht neu dann machen wir den mal zurück bei ballenpressen werden wir noch früh wenn man sich über die bga erbringt dann können wir gleich feld nummer drei kaufen oder zwölf zwölf ist sehr groß, das ist schon ein kreatives feldchen entsprechend immer ganz kurz gucken, was wir auf dem lager haben so, sollbrunner 81.000 futter silage, heul, stroh gärflüssigkeit gärflüssigkeit mischgeteile aber noch ein bisschen was rübenpflanzler aber nicht der höchsten sojabohnen wie ist der sojabohnenpreis der war ganz ordentlich gewesen die haben wir ordentlich so, habs, ihnen genug so, soja feist wo gehen wir nach hinten, soja, soja, soja Bahnhof haben wir einen Kurs Bahnhof ich wollte das doch mal sortieren Bahnhof Bahnhof Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof in den Kurs haben wir nicht können wir aber die Liga immer nicht einfahren so Verkauf Bahnhof bietet sich gerade an da fahren wir nicht ganz so schnell wenn er mit Düngen fertig ist ja, das ist ungünstig wenn er mit Düngen fertig ist weil... ich will ja schon rechts fahren, ne und nicht links da oh, minus das ist der hellwert abgezogen aber das spätestens um 0 Uhr oder jetzt nehmen wir Soja verkaufen kommen wir an plus du kannst du kannst du kannst du kannst mit denen nicht gut fahren irgendwas passt nicht da bin ich relativ zu den gewichten vielleicht das könnte sein wenn du leer fährst geht es aber voll so das soll es für die heutige Folge gewesen sein ich danke fürs reinschauen ich würde mich freuen auf einen wiedersehen dann seid mal tschüss und winke winke tschau das ist deine guck mal an den Preis aber was wir verdienen 194.307.10 dann sage ich mal tschüss bis bis morgen